Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben 8.05 Uhr. 3. Mai und ich fahre schon ein paar Stunden und wir sind relativ gut vorangekommen, aber es ist aktuell so, dass ich jetzt reinfahren muss und die Schare von dem Unterfuß erneuern muss. Seht ihr das? Die sind soweit jetzt verschlissen, dass da Erde zwischenpasst und das darf nicht sein. Normalerweise sind die so ungefähr voll, so wie das und tatsächlich noch ein bisschen mehr, so wie hier, die verschleißen immer weiter runter und irgendwann hat man dann Probleme, so wie das hier. Das macht jetzt relativ viele Probleme, das schiebt nur noch Erde auf, weil sich das jetzt mit der Erde da verklemmt. Jetzt werdet ihr sagen, soweit ist doch Winterarbeit, soweit muss man im Winter machen, die waren noch nicht weit genug runter. Wir haben jetzt über 200 Hektar nochmal draufgefahren auf den Satz und haben uns dazu entschieden, nochmal die zu nutzen für dieses Frühjahr und jetzt nochmal die zu wechseln. Macht für uns am meisten Sinn. Wir fahren ja sowieso hier in Schicht, von daher muss irgendeiner dann irgendwann mal reinfahren und das Ganze wechseln. Ich gucke gerade, warum das so ein bisschen, das hängt so ein bisschen durch. Was ich euch aber zeigen will, ich glaube, hier habe ich die Vermutung, hier könnte der beste Mais stehen dieses Jahr. Wir haben hier wirklich das beste Ergebnis gehabt mit der Zwischenfrucht, weil eigentlich ist immer da, wo die beste Zwischenfrucht stand, kommt auch der beste Mais. Und so sieht das Ergebnis hinterher aus. Wir gucken uns das erstmal vorher an beim Striptill, so sieht das nach dem Strippen aus. Gucken wir ein bisschen mit der Sonne rauf, das heißt, wir haben ziemlich das ganze Material an der Oberfläche und da legen wir rein, was super krass zu bemerken ist, wie krass der Boden Feuchtigkeit speichert. Wir haben einen Vlog vorher, das war vor einer Stunde, guck mal im letzten Vlog rein, wie der Boden nach Bodenbearbeitung aussah und hier, guck mal, da ist nicht ein Zentimeter durchgetrocknet. Das ist richtig, richtig feuchter Boden, was man hier auch sieht. Das ist richtig feuchter Boden. Leider Gottes macht meine EDX viel Bodenbewegung bei der Aussaat, weil ich halt eine Kombination habe zwischen Scheibenschar und so ein richtig stumpfes Schar beim Unterfuß und das sorgt dafür, dass sie relativ viel Erde bewegt. Das ist leider so. Muss ich so lange mitleben, wie ich die EDX habe, ist nun mal so, aber das macht ein gutes Ergebnis. Der Boden ist gut feucht. Was wir aber hier als Problem haben, guck mal hier, der Rettich aus der Zwischenfrucht hat ausgesahmt und auch hier ein bisschen Faselia und das war meine Befürchtung schon letztes Jahr. Da habe ich schon gedacht, oh oh, nicht, dass das so weit ausgesahmt ist, dass das nächstes Jahr ein Problem wird und das sehen wir hier. Ich meine, im Mais ist das jetzt kein großes Problem, das kriegen wir ohne Probleme mit dem Herbizid weg. Da müssen wir nicht mal ein anderes Herbizid fahren, sondern das, was wir fahren, ist vollkommen ausreichend, aber ist natürlich ärgerlich, weil das jetzt auch so ein bisschen hier wieder ausgrünt und das macht natürlich den Mais in den ersten Tagen schon zu schaffen, weil das wächst so viel schneller als der Mais in den ersten Tagen und bis wir dann hier mit dem Pflanzschutz da sind, wenn er zwei oder vier Blätter hat, dann sieht der Rettich schon viel, viel üppiger aus, das werde ich euch sagen und das kann ich euch dann zeigen, wenn es so weit ist, aber nichtsdestotrotz ist das mit Abstand das beste Ergebnis, was wir haben. Wenn wir hier noch weniger Bodenbearbeitung oder Bodenbewegung bei der Aussaat hätten, dann wäre es der Hammer. Viele fragen dann immer, was fragt ihr denn immer, ob das denn so geht mit so wenig Bodenbearbeitung und so? Im Prinzip ja, denn für die Aussaat müssen zwei Faktoren hergestellt werden. Zum einen muss der Boden durchwurzelbar sein, ist er, er ist ja gelockert durch Striptill und zum anderen muss die Saat Bodenschluss haben und entsprechend feines Saatbett haben. Was ihr aber hier seht, ist ja, hat er ja, A ist der Boden wirklich richtig feucht, so einen feuchten Boden hatten wir bei der Aussaat schon lange nicht mehr und dann ist das Saatkorn, wenn wir mal gucken, wo wir finden, das liegt ein bisschen tiefer wahrscheinlich hier, ist das Saatkorn wirklich gut gebettet und im feuchten Boden und das ist das, worauf es ankommt bei der Aussaat. Alles andere, ob der Boden hinterher ein bisschen hügelig ist, wellig ist oder so, ist eher was für ein Auge für den Landwirten. Aber die Saat braucht zwei Faktoren, ja, also Bodenschluss, damit sie an Wasser kommt, vernünftig, also im Prinzip feine Einbettung, damit der Kapillarfluss zum Samenkorn gehen kann und durch Wurzelbarkeit, ja, dass er sich dem Boden erschließen kann. Diese Faktoren müssen da sein, ob du an der Oberfläche Stroh hast, so einen Stapel, ist im Prinzip egal, das hindert dich ja nur bei der Aussaat. Wenn deine Maschine das kann und kann in so einem Boden ablegen, dann stört dich ja nicht mal eine Bedeckung an der Oberfläche, ja, da sind ja meistens bloß die Grenzen, was kann deine Maschine? Meine EDX hat auch mit ganz viel loses Material an der Oberfläche Probleme, da schiebt sie auch auf, aber modernere Maschinen, muss man sagen, gerade die auch mit nur Scheibenscharen arbeiten, die machen da eine Bombenarbeit, echt gut, soweit erstmal. So, zweieinhalb Stunden später schauen wir uns das einmal an, ach, ich habe jetzt nicht richtig ausgehoben, und zwar, da seht ihr, die sind jetzt alle neu und ihr seht sicherlich auch, die gucken jetzt ein bisschen drüber, da unten gucken die noch ein bisschen drüber, das heißt, beim nächsten Mal müssen wir auch die Scheiben mittauschen, wir machen das eigentlich wie immer so, dass wir zweimal ein Satz Schare fahren, einmal ein Satz Scheiben und ja, zweieinhalb Stunden habe ich dafür gebraucht, ich denke, Detlef hat da wahrscheinlich anderthalb Stunden für gebraucht, aber weiter geht's, ich bin jetzt hier hinten in Funklochhausen, gucken wir uns gleich mal aus der Kabine an. So, das habe ich gerade hier vorgewendet, ich habe das gerade neu eingemessen, weil das hatte nicht hingehauen, da waren ein paar Büsche, die mit aufgezeichnet wurden und das war noch eine alte Grenze mit dem 8R aufgenommen. Jetzt habe ich ja die Grenzen, jetzt muss ich ihm einmal sagen, er soll bitte alle Spuren einmal verschieben um 3 Meter, damit das jetzt passt, dann Gebläse wieder an, ist klar und dann gehe ich hier einmal rauf auf die Taste und drehe jetzt sozusagen die Vereinzelung vor, dass die belegt ist, jetzt kommen auch ein paar Körner hinten raus und dann kann ich sozusagen in die Ecke stoßen und wenn ich dann das Gerät runterlasse, dann habe ich sofort Körner da, ansonsten ist es ja so, wenn der Luftdruck fehlt, dann rutscht die Vereinzelungstrommel ja erstmal leer, da ist ja nichts mehr drin und so würde ich die ersten 2-3 Meter nichts rauskommen. So, drücke ich jetzt die Go, geht das runter, ich muss auch nicht schon losfahren oder so, also ist ja alles elektronisch geregelt und super sensibel nach Fahrgeschwindigkeit, das heißt ich kann erstmal langsam in den Ecken anrollen und dann können wir ein bisschen schneller fahren, ich fahre jetzt aktuell 10 kmh, na klar sagt er ja, weil er erstmal regelt, dann sagt er jetzt im ersten Moment, während wir beschleunigen, wir beschleunigen ja konstant und er regelt die ganze Zeit hinterher und dann sagt er ja irgendwann nach ein paar Sekunden, oh Gott, es sind ja viel zu wenig, aber es ist halt ja so, weil er ständig sozusagen nachregelt. In echt ist es nachher gar nicht so, dass da irgendwie groß eine Kante ist, dass zu viel oder zu wenig kommt, die regelt eigentlich schon ziemlich schnell. Zusätzlich fahre ich aber im Tempomat hier auf dem Modus 2, das heißt, ich beschleunige langsam, das ist ja die Tempomatenbeschleunigung, ich beschleunige langsam, sodass das Gerät besser hinterher regeln kann. Ich habe damit einfach bessere Erfahrungen. Nach wie vor wieder teilflächenspezifisch, ihr seht, wir sind hier im Bereich von 80.000 oder gerade jetzt sind wir bei 85.000 und dann regelt der natürlich wieder nach und dann vereinzelte ich hier weiter. 40 Hektar habe ich jetzt auf der Uhr, heute habe ich ja nicht ganz so viel geschafft durch die Unterfußschare, aber es ist wie es ist. Dafür ist das Stück, wo wir jetzt hier sind, gut schaffe ich, wir haben hier 52,16 Hektar, aber wenn man sich das mal von oben anguckt, ist das Ganze ein riesen Dreieck, einfach ein riesen Dreieck, aber es funktioniert. Man hat gut Flächenleistung auf dem Stück, ich einmal rüber sind glaube ich 1,2 Kilometer auf der längsten Bahn und dann wird es permanent kürzer. So wird nach wie vor, ich lege ihn auf 5 Zentimeter tief, am Wochenende soll jetzt auch warm werden und wieder mehr Regen kommen, das alles in allem wäre es ja perfekt. Die Getreidebestände sind versorgt, ich habe mit dem Sensor gestreut und habe ihm gesagt, BBCH 49 möchte ich wieder streuen, da haben wir noch gut Zeit, die Gerste ist fertig gestreut, fungizidtechnisch sind sie behandelt, also fungizidtechnisch sind die Bestände gut behandelt, ich habe hier gerade geguckt, die sind da am Dünger streuen, d.h. da wo ich Pilze gefunden habe, da hat sogar den 9 Jahre Sensor oben drauf, da wo ich Pilze gefunden habe, ist nichts weiter los, wir kontrollieren dann morgen Nachmittag mit der AKF auch die Bekämpfung, ob das Ganze funktioniert hat. Der Raps, ich würde sagen 10% der Blüte sind aufgebrochen, sodass wir da nichts weiter machen müssen. Ich habe vorhin gerade, als ich hier geschraubt habe, kamen Berater aus der Industrie vorbei, also die einzelnen Hersteller, BASF, Syngenta, Bällchen, die haben ja eigene Vertreter, die immer so rumfahren und Bestände angucken und den Landwirt beraten. Da kam man vorbei und hat ein bisschen erzählt und mit ihm habe ich über die Debatte im Raps erzählt und habe gesagt, du, Mensch, ich habe gedacht, du bricht da auf und brauchst nichts machen mit den Käfern und ich sage, aber ich musste doch noch mal los, ich sage, die haben ja wirklich massiv an den Knospen gefressen. Er sagt, ja, hör mir bloß auf, er sagt, pass auf, ich kann dir Bilder zeigen, da ist der Landwirt nicht losgefahren und da ist ein Wahnsinnsschaden entstanden, die sind so dermaßen auf die Knospen gegangen, die sind nicht auf die aufbrechenden Blüten gegangen, wahrscheinlich ist der frische Pollen zu schnell weg und es kommt einfach nichts nach, so kann ich mir das vorstellen, sodass die Rapsglanzkäfer da weiter auf die Knospen gehen und er sagt, da ist dem Landwirt natürlich massiver Schaden entstanden. Es ist ja so, relativ viel kann der Raps dann aber kompensieren, er hat ja unten noch die ganzen Triebe, der merkt das ja schon anhand der Beschattung nachher beim Schoten ausbilden, dass die unten dann doch mehr Gas geben können. Da kann Raps schon relativ viel regulieren, aber wenn der Schaden erstmal da ist, ist er da. Wenn er keinen hat, muss er nicht regulieren. Das war für mich jetzt die erste Insektizidbehandlung in diesem Jahr und von daher würde ich sagen, war das ja irgendwie schon notwendig. Man guckt ja doch, wie man das irgendwie vermeiden kann, das kostet alles ja einen Haufen Geld und es ist tatsächlich so, eine Behandlung im Raps könnte man sagen, ist immer ein Urlaub. Also Raps behandeln oder einmal mehr im Urlaub fahren, kann man natürlich nicht so vergleichen, aber generell, wenn es immer die eigene Firma ist, hat man immer das Geld ein bisschen anders im Hinterkopf. Dann kannst du immer sagen, jetzt hier 2.500 Euro, was könntest du mit 2.500 Euro machen? Man entnimmt sich das natürlich nicht sofort, ist logisch, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist im Großen wie im Kleinen, man überlegt sich schon gut, welchen Cent man da ausgeben will oder welchen Euro und welchen nicht. Saatgut ist auch genug teuer geworden. Ich habe sonst immer für 70 Euro die Einheiten aufgekauft mit Meserolbeizen und sowas, wir sind jetzt bei über 100 Euro. Mein Gott, wir brauchen 1,7 Einheiten, also wir sind ungefähr 170 Euro auf dem Hektar. Vorher waren wir ungefähr so bei 120, 50 Euro mehr, 10.000 Euro mehr, in den Sonnenblumen ähnlich und das ist jetzt auch sehr, sehr kostenintensiv. In den nächsten zwei Wochen, also in diesen zwei Wochen, wo ich Sonnenblumen reinbringe, wo ich den Mais reinbringe, wo ich Pflanzschutz relativ viel mache, mit den Düngergaben dazu, sagen wir mal in diesem Monat alleine 100.000 Euro nur an Kosten. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, hier würdet ihr einmal gerne wissen, was das so an Preisen kostet. Also das hier, das Legen kostet 170 Euro und da ist nur das Saatgut gemeint, da kommt der Dünger dazu. Den habe ich noch relativ teuer eingekauft, der ist bei 60 Euro auf dem Hektar. Leider Gottes würde ich den jetzt für 25 auf dem Hektar kriegen, aber das weiß ja vorher nicht. Dafür habe ich bei Harnstoff ein relativ gutes Händchen bewiesen und habe den relativ gut eingekauft, muss man echt sagen. Aber damit musste ich leben, also den habe ich relativ teuer eingekauft, im Nachgang nicht ganz die beste Erfahrung. Stefanie! Weiter geht's! Kommen wir noch zum aktuellen Thema. Striptill nach Sonnenblumen, so wie ihr seht, die schimmert so leicht grünlich, aber overall, wie international bist du denn Hannes, aber alles in allem gar nicht so wild. Hier gab es keine Totalherbizidbehandlung, hier wird es auch keine geben, die Bedingungen sind gut und wir kriegen wirklich mildes Wetter, 17 Grad, ich gehe davon aus, in 14 Tagen ist der draußen, dann können wir relativ zügig behandeln, dann machen wir die ganz normale Erbizidstrategie, die wir auch sonst fahren und kommen damit gut klar. Ich denke jetzt auch durch das bisschen Bodenbearbeitung und hier oben drüber jetzt noch mal fahren mit der EDX, weil wir da bewegen halt ein bisschen Boden, werden wir jetzt auch noch Sonnenblumen zum Keim anregen, deswegen habe ich da keine Lust dafür Geld auszugeben und ich weiß, dass das relativ gut funktioniert, weil die Mittel, die wir im Mais haben, die sind gut. Aber wie schön jetzt alles blüht! Schön jetzt alles blüht und was mich so tierisch ärgert, ich habe ja Bienen mit Anton zusammen, mit meinem Sohn und ich hatte tatsächlich auch mal zehn Völker und habe dann aber jetzt runter reduziert, wegen, na ihr wisst, YouTube, Kind, alles drum und dran. Jetzt hat letztes Jahr aber Anton da echt Lust entwickelt, dann habe ich jetzt einen kleinen Imkeranzug letztes Jahr besorgt und alles, dann waren wir mal beide bei, wir haben Honig geschleuert, hatten zwei Völkchen und leider Gottes sind die zwei Völker nicht durch den Winter gegangen, ich habe sie vernünftig gegen Varroa behandelt, ich habe sie sogar mit Honig eingefüttert, bzw. ich habe beim zweiten Mal nicht geschleudert, sodass sie richtig viel Honig als Winterfutter hatten, aber leider Gottes hat es nicht gereicht, beide sind da eingegangen und da bin ich auch mit Anton jetzt ein bisschen traurig, er hat letztens noch mal gefragt, Papa was machen unsere Bienen? Da habe ich ihm das noch mal erzählt, dass die das im Winter nicht geschafft haben, sagte er auch die Königin, ich sagte auch die Königin nicht, jetzt bin ich natürlich am Frühjahr wieder am suchen, aber gerade jetzt hier, wenn man das sieht, wie schön das alles wieder blüht, das ist einfach ein Genuss, wenn mit einmal ist dann Frühling und du fragst dich, was hast du eigentlich gemacht die ganze Zeit, im Schlepper gesessen, gerade wenn jetzt hier die Bäume hier die Buche wieder austragen, dass es keine Buchrahn ist, das ist keine Buche, ich glaube es ist eine Esche oder eine Erle, also ich bin kein Baumeister, also davon habe ich nicht viel Ahnung Leute, von Landwirtschaft geht einigermaßen so, da kehre ich mir ein bisschen aus, aber Bäume schwierig. Jedenfalls ist es so, dass ja auch dieses Jahr tatsächlich wollte die dann bei uns im Garten stellen, da wo ich mit Lisi wohne, mit Lisi und Anton, da im Garten stellen und dann ist tatsächlich auch die ganzen Sonderkulturen in Flugreichweite für die Bienen. Ich muss gucken, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wir sind nächste Woche eine Woche weg und wenn ich da ein Zeit habe, dann komme ich wieder und dann besorgen wir. Wenigstens sind Ableger mit Anton, wir müssen auch gucken, was die Königin macht. Hier übrigens das Dammwelt, seht ihr das da? Die da wieder unterwegs sind? Wenn ich die jetzt schon wieder sehe Leute, die haben mir letztes Jahr mindestens 50.000 Euro gekostet, teure Futter gewesen hier, die Sonnenblumen. Da seht ihr, sind auch 50, 60 Stück, ist bei weitem nicht alles, hier sind so viele, so viele. Ich hoffe mal, dass es dieses Jahr besser wird mit den Sonnenblumen, aber das ist natürlich, das Mais funktioniert hier komischerweise sehr gut. Drüben ist auch Weizen, der wird eigentlich gerne gefressen, sobald er in der Milchreife ist und dann werden oben die Ehren abgefressen. Ich habe gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Smalltalk hier bei YouTube, haben wir sonst immer so wenig Zeit. Ich muss aber auch sagen, jetzt beim Schrauben, Respekt an die ganzen anderen Farbenvlogger, die dann einmal die Ruhe haben und dann immer so viel erklären beim Schrauben und dann nochmal eine Kamera nehmen. Keine Ahnung, bei mir ist irgendwie gefühlt immer so viel Stress. Na, was heißt Stress nicht? Aber es ist halt viel zu tun. Ich empfinde das Ganze jetzt nicht als ultra stressige Zeit, aber man muss schon gut Tempo machen, damit man halt entsprechend gut vorankommt. Und hier mal eine Kamera und da mal eine Kamera ist schon sehr zeitaufwendig, deswegen Respekt an die anderen Farbenvlogger, die sich da die Zeit nehmen, beim Schrauben viel zu zeigen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin beim Schrauben nicht das Talent, das will man auch einfach nicht sehen. Wie wenn man mit zwei linken Händen eine Schraube anfasst, das sieht einfach nicht ästhetisch aus und von daher will ich das auch den Leuten da ein bisschen enthalten. Davon habe ich einfach nicht so viel Ahnung. Hier von dem Rest können wir ein bisschen reden, Applikationskarten und Teifling spezifisch und Pflanzenernährung, aber Schrauben, da habe ich meinen Detlef, da habe ich mir einfach ein super Talent gesucht und da musste ich, da habe ich halt ein super Talent. So, der diese Woche Urlaub hat, aber das kommt auch klar. Das sieht auch einfach schön aus. Übrigens, viele fragen auch, Strip-Till hier vorgewendet, was ist denn, wenn du immer nicht die Reihen triffst? Das ist in diesem Strip-Till-Verfahren gar nicht so wild, weil wir relativ viel im Bereich lockern. Das heißt, wir lockern ja einen V von mindestens 15 cm, dann haben wir ungefähr einen Steg, dieser Bereich, der nicht gelockert ist. Und selbst wenn wir es da platzieren könnten, ist eine Maiswurzel relativ groß und kann schräg zu den Nährstoffen wachsen. Die ist nicht blöd, die kriegt das schon hin. 50er Reihenabstand ist auch nicht weit voneinander entfernt. Das heißt, die Pflanze kann maximal 25 cm entfernt sein von dem richtigen Punkt und das ist einfach nicht viel. Ich habe in den vergangenen Jahren versuchsweise auch mal ein bisschen Freihand gelegt, mal so einen kleinen Test gemacht, mal ein bisschen schräg gelegt und so, und du siehst einfach gar nichts. Ich denke schon, auf schweren Boden macht es einen Unterschied, aber auf keinen Fall. Da macht das nicht viel aus. Heute habe ich übrigens auch die Drohne mit. Heute Morgen war eigentlich ein schöner Sonnenaufgang, aber dann war ich auch schon am Vorgewende und Vorgewende fahren, Drohne fliegen ist nicht ganz so geil. Man neigt ja doch immer dazu, um die Maschine rumzufliegen. In Vergangenheit gab es immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, oh Gott Hannes, da war doch der Baum. Versteht ihr? Man ist dann einfach manchmal in Gedanken beim Fliegen und deswegen fliege ich eigentlich nur Freifläche. Wenn ich gerade Bahn fahre, dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach von beiden Seiten zu fliegen. Ich habe nur ein paar hundert Stunden Drohnenflüge schon auf Ruhe und das ist einfach meine Erfahrung. Das ist sehr gut. Ah, vorwärts wollen wir. Ich bin gespannt, was das dieses Jahr wird. Ich habe ja dieses Jahr als Unterfußdünger SSA, einfach weil mir ein bisschen Stickstoff fehlt. Mir haben letztes Jahr auch so 20-30 Kilogramm gefehlt, die kann ich problemlos in der Bilanz ausfüllen. Schwefel ist ganz wichtig, Schwefel brauchen wir, das haben wir nicht genug in den Gärasten. Magnesium, ich hatte ja letztes Jahr relativ viel an Magnesiumhaltige Kalk gegeben, sodass wir den Magnesiumspiegel schon gut nach oben gedrückt haben und jetzt wollte ich, weil ich eh Stickstoff nutzen kann und brauche und ich habe letztes Jahr auch festgestellt, dass diese ersten Momente, diese ersten drei Wochen der Jugendentwicklung, da hätte ein bisschen mehr Stickstoff sein können. Da hatte ich das Gefühl, ein bisschen schneller verfügbar und weil ich ihn ja eh in der Bilanz offen habe, habe ich gedacht, kannst du ihn ja auch reinnutzen. Hört sich komisch an, kannst du ihn ja auch mitnutzen und deswegen nutze ich dieses Jahr SSA. Ich habe das noch nie in der Variante gemacht, aber mein Gefühl sagt mir, das kann gut funktionieren. Wir haben eine saure Wirkung, das funktioniert ganz gut, dadurch haben wir einen relativ schnell verfügbaren Schwefel, das ist auch sehr wichtig und wir haben zusätzlich durch die saure Wirkung eine bessere Mikronährstoffverfügbarkeit. Ich nutze sowieso immer diese Mikronährstoffbeizen, ich habe jetzt aber auch überlegt, das eventuell nächstes Jahr ohne zu nehmen und mir selber ranzubeizen und dann eine höhere Konzentration zu nehmen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich das dieses Jahr zum Getreide machen will und ich will mir, es gibt so kleine Beizanlagen, die kosten 6.000 bis 7.000 Euro, 5 Tonnen in der Stunde und würde das nämlich dann, denke ich, mal alleine machen, auch weil ich im nächsten Jahr Erbsen mehr anbauen möchte und auch die möchte ich gerne mit Stickstoffbakterien anbeizen. Deswegen habe ich auch gedacht, vielleicht kaufst du dann einfach nur ungebeizt oder Standardbeize und beiz den Rest selber ran. Dann müssen wir mal gucken, wie das ist. Ich weiß nämlich, ich habe zum Beispiel über Michael Dier gesehen, der nutzt ja dieses Seed Forward, glaube ich heißt das auch als Beize, wäre auch ein super interessantes Thema und was mich dann auch so ein bisschen ärgert, du kannst halt so viel oder es gibt halt so viele coole Ideen an Nährstoffbeizen und so, aber wenn du es halt irgendwie am Handel nachfragst, kriegst du es halt nicht. Ja, gibt es nicht bei der Sorte, gibt es dann aber nicht mit der anderen Beize, gibt es hier nicht mit Kurit zum Beispiel, Kurit ist ja so ein bisschen der Fraßschutz für die Vögel, ist bei mir wichtig hier mit den ganzen Kranichen. Aber wisst ihr, was manchmal bei unseren steinreichen Böden echt nervig ist? Steine, die sich genau dazwischen klemmen und jetzt haben sich sogar zwei dazwischen geklemmt und das ist manchmal eine ganz schöne Qual die zu entfernen, weil ich verstehe es auch oft nicht, die fallen einfach so locker da rein, aber locker rausfallen wollen sie dann nicht. Ich glaube auch mein Akku ist gleich alle Leute, als hätte die jemand hier mitgenommen zum Steine sammeln. Wisst ihr, was ich meine? So Leute, da seid ihr jetzt gestürzt. So, den ersten haben wir es schon mal, jetzt fehlt nur noch der zweite. Oh Gott, diese Jungs sind noch schwer, ich muss auch wieder auf mein Mauer-Dekolleté aufpassen, sonst, wenn der auf den Füße fällt Leute, das macht Aua. So, die legen wir jetzt am Vorgewände ab. Steinchen. So, und Nummer zwei. So, nehmen wir noch auf. Jo, wir sind noch klar. Können wir gleich nochmal Saatgutablage kontrollieren. Ach, wie schön feuchtig ist der Boden. Da ist es. Ja, das passt. Irgendwann hat man auch mit ein Auge, diese 4-5 cm. Wisst ihr, im Stream wird ja die Amazone liebevoll OMA EDX genannt. OMA EDX macht jetzt ihre 13. Saison und keine Ahnung, ich habe ja schon einen neuen Bildschirm gekriegt, nein, neue Software war das, denn jetzt habe ich Amatron 3 und komischerweise wird direkt dann nicht aufs Gerät gespeichert, sondern auf diesem Bildschirm und ich habe eine neue Steuerbox einmal gekriegt vor vier Jahren oder vor fünf Jahren und deshalb weiß ich nicht so recht, wie viel Hektar sie hat. Jetzt stehen da irgendwie dreieinhalbtausend drauf. Ich habe mal so überschlagen, aber irgendwie 8.000 muss ich schon wenigstens haben. OMA EDX, die hat schon gute Dienste geleistet und man muss auch sagen, das Ding ist wirklich sehr, sehr wartungsarm und verbrauchskostenarm. Ja, aber ich glaube, langsam geht es mit ihr zu Ende. Also ich denke mal ein Jahr können wir vielleicht noch machen, vielleicht auch noch zwei Jahre und dann ist aber glaube ich auch der Riemen wirklich ab. Also da muss man ehrlich sagen, dann hat die auch wirklich ihren Arsch abgerissen und dann hat die auch gut Geld verdient, muss man ehrlich sagen. Die ist ja schon viele, viele Jahre abbezahlt und macht immer nur ihren Dienst. Wir haben sie letztes Jahr mal intensiv und general überholt, da haben wir auch richtig Geld reingesteckt. Dieses Jahr geht es mit den Kosten, hält sich das in Grenzen, aber ansonsten OMA EDX geht langsam dem Ende zu. Vielleicht noch zwei Jahre und dann schauen wir mal. Jetzt muss man auch sagen, ist eine 6 Meter doppelt so teuer wie die, die ich hier gekauft habe, aber die können auch inzwischen ein bisschen mehr. Also Raps traue ich ihr auch nicht unter den Bedingungen zu, so wie ich das mache, mit Stripteel, Stroh an der Oberfläche, dann traue ich ihr das einfach nicht zu, eine vernünftige Ablage dahin zu bekommen. Also das würde ich auch gar nicht versuchen, vor allem ich will mir auch kein Umbaukit für 3, 4, 5000 Euro kaufen. Saattrommel war 600 und das Schlimmste ist, es werden ja nicht nur die Saateinheiten getauscht, sondern die Saattrommel getauscht, es wird ja auch hinten andere Fangen rollen, glaube ich, und es gibt viel. Also es ist richtig Schraubarbeit für Detlef, was er da ändern muss. Mal gucken, wie ich das dieses Jahr mit dem Raps mache. Soweit Leute! Und dann sollte das wieder gewesen sein, war heute mal ein kurzer Vlog, ich glaube, es war ein kurzer Vlog und dann gucken wir mal, was wir morgen früh wieder so schönes fabrizieren. Ich glaube, morgen früh machen wir dann den Sortenversuch. Müsste ich mir das heute Abend noch im Kofferraum packen, dann bringe ich mir das Saatgut morgen hin und dann mache ich morgen den Sortenversuch. So werden wir es machen. Leute, bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann!